Norddeutscher Rundfunk I think that's why I don't have to sleep I think it's another life I think it's hell and I'm not so tired but you're not so tired I were too tired and I'm tired but I'm tired but my life is hard and I'm tired but I don't know Der Vater, der Geist, der ein deutliches Zeichen, den ich auch verletzt habe. Der Vater, der Gott, hat sein Sohn gebraucht werden. Anstatt, wenn ich hier noch kein Sohn bin. Der Vater, der Gott, hat sein Sohn gebraucht. Das ist richtig gut. 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 Wobei, das ist wahrscheinlich kein Interfall. Kleiner Kilometer. Deswegen haben wir ja zum Beispiel in Saudi-Arabien verkauft. Und da sind drei Flachen. Wenn er die Zeichen spielen geht. Das ist richtig gut zu sagen. Wenn er der Wörter ist. Das ist aber nicht erlaubt. Das ist richtig voll. Bei drei Flachen. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Ich habe das nicht so gut. Wir sind am Ende der Straße. Links abbiegen. Wir haben zwar noch ein Gebo aufgemacht. Aber es ist so gut. Das ist nicht so gut. Wir wollen gleich zu laden. Jetzt links abbiegen. Ja, das ist richtig. Der Motorläufer spielt. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig. Der Motorläufer spielt. Ja, das ist auch einigermaßen. Geht halt. Wir haben eineinhalb Tage. Wir haben eineinhalb Tage. Gleich. Wir haben eineinhalb Tage. Wir haben eineinhalb Tage Platz an. Nein. hier fährt er ein großes Trecker hier fährt er ein großes Trecker das ist ein Problem das ist bestimmt ein Problem oder ein Formschluss das ist ein Problem Oh, da ist es. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe ihn wieder eingelassen Das war ein Lass, ich bin hier, ich bin hier Oh, noch zwei Schuss Da ist Köln drauf Oh, das ist so richtig geil Das ist okay Ich bin hier, ich bin hier